Es wurde immer gefeiert. Das haben wir auch gemacht. Ich war ja in der Scheinwerferbatterie. Da haben wir auch gefeiert. Wir haben sehr viel gefeiert und sehr viel getrunken und viel Vergnügen gehabt. Denn wir wussten ja nicht, ob wir morgen noch leben. Das ist ja überhaupt auch in allen Fällen so gewesen. Menschen haben sehr gelitten. Und weil sie eben nicht wussten, mit Fliegerangriffen, auch in den Städten, es wurde, wenn möglich war, es wurde gefeiert. Es wurde geliebt und es wurde gefeiert. Denn man wusste ja nicht, lebe ich morgen noch. Man sah die Leute um sich herum sterben. Das ist auch ein Phänomen, aber das ist ja bekannt an und für sich.